Wie ein Kind, wie ein Engel von Peter Stamm Als das Feuerwerk zu Ende war, klatschten die paar Gäste, die sich am Fenster im Hotelflur versammelt hatten. Zwischen den Explosionen der Raketen waren Fetzen von Musik zu hören gewesen, Chöre, eine Orgel und einmal das Läuten von Glocken. Die Musik kam von weit her, vom Ufer des Flusses und manchmal wurde sie übertönt vom Lärm der Menge, die unten auf der Straße vorüberdrängte. In diesem Moment war es Erik, als gehöre er zu dieser Stadt, diesem Fest, zu diesen Menschen. Der Applaus im Hotelflur brachte ihn zurück. Jemand schloss das Fenster. Eine Million Menschen hätten das Feuerwerk gesehen, sagte der Kellner, der am nächsten Morgen das Frühstück aufs Zimmer brachte. Auf dem Weg zum Flughafen rechnete Erik, ein Mensch wird im Durchschnitt 70 Jahre alt, 25.000 Tage. Also stirbt jeden Tag einer von 25.000. Von der Million Menschen, die gestern Abend das Feuerwerk gesehen hatten, mussten rein statistisch schon 20 gestorben sein. Das Taxi fuhr durch ein Vorort und Erik sah Mütter mit Kindern, alte Leute und an einer Bushaltestelle eine Gruppe junger Mädchen, die nebeneinander auf einer Bank saßen und warteten. Plötzlich verspürte er eine seltsame Rührung, die er sich nicht erklären konnte und die erst nachließ, als das Taxi vor dem Flughafen hielt. Erik wünschte dem Fahrer einen schönen Tag. Erik arbeitete in der internen Revision eines multinationalen Konzerns im Nahrungsmittelsektor. Zwei Drittel seiner Arbeitszeit verbrachte er bei den Tochtergesellschaften des Konzerns überall in Europa und Nordamerika. Ursprünglich hatte er die Stelle wegen der vielen Reisen angenommen. Er mochte es, herumzukommen und Leute kennenzulernen. Aber mit der Zeit gewöhnte er sich daran, das Reisen wurde zur Routine und schliesslich zur Belastung. Es begann damit, dass er im Flugzeug einen Platz am Gang verlangte und sich nicht mehr die Mühe machte, die Mahlzeiten auszupacken. Er wohnte immer in guten Hotels, konnte Spesen machen, so viel er wollte. Tagsüber arbeitete er, abends führten ihn die Kollegen der Tochtergesellschaften aus, zeigten ihm ihre Städte. Zusammen aßen sie in teuren Restaurants, gingen in Nachtclubs, betranken sich. Manchmal nahm Erik eine Frau mit auf sein Zimmer, keine Prostituierte, eine jener Frauen, die man nach Mitternacht in den Bars teurer Hotels traf und die wer weiss was suchten. Aber das kam nicht oft vor. Meistens war Erik, wenn ihn der Taxifahrer vor dem Hotel absetzte, so betrunken, dass er ein viel zu hohes Trinkgeld gab oder gar keins und gleich aufs Zimmer ging. Die Hotelzimmer glichen sich, die Restaurants glichen sich, die Gespräche mit den Kollegen, die Flughäfen, die Städte. Die Reisen waren immer gleich. Erik rauchte und trank zu viel und hatte am Morgen Kopfschmerzen. Am schlimmsten waren die Aufenthalte in Osteuropa. Hier ließen ihn seine Begleiter Wodka trinken oder einen der süßen Schnäpse, auf die sie so stolz waren und die doch alle gleich schmeckten. Und an den Tagen danach waren die Kopfschmerzen noch schlimmer als sonst. Waldis, der Erik am Flughafen abgeholt hatte, tat, als seien sie alte Freunde, obwohl sie sich jedes Jahr nur ein paar Tage sahen. Er müsse unbedingt etwas länger bleiben, hatte Waldis am Telefon gesagt, als Erik seinen Besuch ankündigte. Die Stadt feiere ihr 800-jähriges Bestehen. Es gäbe ein riesiges Fest. Waldis war der Einzige in der Buchhaltung der Deutschsprach. Er benutzte seltsame Ausdrücke und hatte einen starken Akzent und eine komplizierte Art, sich auszudrücken. Wenn er mit Erik ausging, wollte er ihn immer einladen. Erik sagte dann, die Firma bezahle, er nehme das auf die Spesenrechnung. Es ging um kleine Beträge, aber er wusste, was Waldis verdiente. Einmal hatte Waldis ihn zu sich nach Hause eingeladen. Er wohnte am Rande der Stadt in einer schäbigen Plattenbausiedlung. Die Wohnung war klein und bieter eingerichtet und erinnerte Erik an die seiner Eltern. Da lernte er Waldis' Frau kennen. Sie war sehr schön und Waldis schien sie sehr zu lieben. Jedenfalls sagte er, als sie in der Küche war, er sei ein glücklicher Mann. Nach dem Essen wurde Balsams aufgetischt, ein Kräuterschnaps, den Erik hasste, und danach dutzten sie sich. Waldis' Frau hieß Elsa. Erik sagte, das sei ein schöner Name und er würde sie beide gerne einladen, wenn sie einmal in die Schweiz kämen. Aber Waldis sagte, das könnten sie sich nicht leisten, allein die Reise sei unerschwinglich. Erik fragte, ob er sonst etwas für sie tun könne. Nein, sagte Waldis lächelnd, du kannst die Konten gern ausgleichen, nicht wahr? Das Jahr über hörte Erik nie etwas von Waldis. Deshalb war er erstaunt gewesen, als er eines Tages einen Brief von ihm bekam an seine Privatadresse. Als er den Absender las, musste er einen Moment lang nachdenken. Lieber Freund, schrieb Waldis. Das machte Erik stutzig. Waldis schrieb, er habe eine Sorge. Lieber Freund, ich habe eine Sorge. Erik musste lachen über die umständliche Formulierung. Seine Frau sei krank, schrieb Waldis. Er habe Erik ja, wenn er sich recht erinnere, schon bei seinem letzten Besuch erzählt, dass es ihr nicht gut gehe. Inzwischen habe es sich herausgestellt, dass es Krebs sei und dass Elsa kaum länger als zwei Jahre zu leben habe. Erik hatte Waldis immer gemocht, aber er verstand nicht, weshalb er ihm das schrieb. Er fand es unangemessen und peinlich. Sie würden sich ohnehin in einem Monat sehen. Waldis schrieb dann von seinen Kindern, dass der Junge nächstes Jahr auf das Gymnasium wechseln werde und das Mädchen Buchhalterin werden wollte, wie er. Eriks Frau rief zum Essen. Er drehte das dünne Blatt und las weiter. Es gäbe, las er, eine Therapie gegen Elsas Krebs. Ein Schweizer Professor habe sie entwickelt, ein ganz neues Verfahren, das noch in der Testphase sei. Aber es werde bei ausgewählten Patienten mit gutem Erfolg angewendet. Gerade bei Fällen wie dem von Elsa sei eine Heilung nicht ausgeschlossen. Zumindest bestünde die Hoffnung, dass man ein paar Jahre gewinnen könne. Jahre, in denen vielleicht ein noch wirksameres Verfahren entwickelt werde. Eriks Frau rief noch einmal und er ging ins Esszimmer mit dem Brief in der Hand. Die Behandlung sei teuer, schrieb Waldis. Unerschwinglich für jemanden aus seinem Land, für ihn und selbst für einen Schweizer nicht billig. Er habe, hier wurde die Schrift kleiner, vielleicht weil er schon fast das Ende der Seite erreicht hatte, sein Leben lang nie jemandem um etwas gebeten. Er und seine Frau hätten magere Jahre zusammen durchgestanden, ohne sich zu beklagen. Sie hätten auch keinen Grund zur Klage gehabt. Sie hätten nicht gelitten, weil sie ja immer zusammen gewesen seien und sich liebten. Aber jetzt bitte er Eric, ihm zu helfen. Du wolltest einmal etwas für mich tun, schrieb er. Es wäre alles für mich. Eric legte den Brief beiseite und setzte sich an den Tisch. Seine Frau fragte, von wem der Brief sei, und er sagte es ihr. Ist das nicht der mit der schönen Frau? Sie ist krank. Sie hat Krebs. Eriks Frau seufzte und zuckte mich mit den Achseln. Von Waldis Bitte erzählte Eric ihr nicht. Er konnte sich vorstellen, was sie sagen würde. Sie haben zwei Kinder, sagte er. Waldis hatte Eric den Namen des Professors geschrieben, der das Verfahren entwickelt hatte und an den er sich wenden könne, wenn er Fragen habe. Eric rief den Professor an. Der erklärte ihm kurz die Therapie und sprach von den Erfolgen, die er damit erzielt habe. Er sagte, ja, er kenne den Fall der Frau von Eriks Freund. Waldis sei nicht wirklich sein Freund, sagte Eric. Sie hätten nur geschäftlich miteinander zu tun. Jedenfalls kenne er den Fall, sagte der Professor. Er habe mit dem Arzt der Frau studiert, in Freiburg im Breisgau. Er sagte, die Behandlung koste um die 100.000 Franken und er könne absolut nicht garantieren, dass sie erfolgreich sein würde. Wir reden hier von vielleicht 30 Prozent, sagte er, maximal. Ich habe gehört, sie soll eine ausserordentlich schöne Frau sein. 30 Prozent, dachte Eric. Waldis hatte vom guten Erfolg geschrieben. Um die 100.000 aufzubringen, hätte Eric Aktien verkaufen müssen. Und es war klar, dass Waldis das Geld nie würde zurückzahlen können. Er hatte auch nichts von einem Darlehen geschrieben. Er wollte einfach das Geld. Aber das war in seiner Situation verständlich. Eric schrieb Waldis eine E-Mail, schrieb, dass es am besten sei, wenn sie die Angelegenheit persönlich besprechen und dass sie sich ja ohnehin in ein paar Wochen säen. Er hörte nichts mehr. Und als er Waldis eine Woche vor seiner Abreise anrief, um die Ankunftszeit durchzugeben, erwähnte dieser Elsass Krankheit nicht und sagte nur, Eric solle seinen Aufenthalt doch etwas verlängern, wegen der Jubiläumsfeier. Waldis sprach auch nicht von seiner Frau, als sie vom Flughafen zur Firma fuhren. Und Eric wollte nicht als Erster mit dem heiklen Thema anfangen. Er lobte Waldis Arbeit und sagte, er müsse eigentlich gar nicht mehr kommen, so perfekt wie immer alles sei. Waldis sagte, das wäre schade, wo Eric denn sonst Balsams trinken wolle und Schaschlik essen. Eric hatte mit drei Arbeitstagen gerechnet. Am Samstag wollte er sich die Stadt anschauen, den Rückflug hatte er für Sonntagmittag gebucht. Erst als er ankam, erfuhr er, dass der Freitag wegen des Jubiläums zum Feiertag erklärt worden war. Aber wenn Eric wolle, sagte Waldis, komme er trotzdem ins Büro. Dann seien sie ungestört und können in Ruhe arbeiten. Eric sagte, sie würden es wohl auch in zwei Tagen schaffen. Es macht mir nichts aus, sagte Waldis, dann können wir in Ruhe reden. Es war Eric, als arbeite Waldis absichtlich langsam. In der Mittagspause blieb er lange sitzen und Eric ärgerte sich. Waldis erwähnte die Angelegenheit mit seiner Frau nicht und Eric hütete sich, davon anzufangen. Sie gingen aus wie in den Jahren zuvor. Waldis führte Eric in ein italienisches Restaurant, das vor kurzem eröffnet worden war und von dem es hieß, es sei sehr gut. Das Essen war in Ordnung, aber der Wein war schlecht und viel zu teuer. Waldis kannte sich nicht aus mit Wein, aber er schien Erics Kritik persönlich zu nehmen. Als sie gingen, machte er keinerlei Anstalten, die Rechnung zu bezahlen wie sonst. Obwohl Eric es nicht zugelassen hätte, ärgerte er sich und auch, weil Waldis ihn wieder überredet hatte, diesen schrecklichen Balsams zu trinken und weil er ihm nach dem Essen in den Mantel half. Waldis wollte unbedingt noch in eine Bar. Dort verkehren die schönsten Frauen der Stadt, sagte er. Junge Frauen, die gerne reiche Männer aus dem Westen kennenlernen. Das Lokal lag in der Nähe der Kathedrale. Die Einrichtung war aus Chrom und Leder und die Musik so laut, dass an ein vernünftiges Gespräch nicht zu denken war. Sie standen an der Theke. Waldis trank Balsams, Eric Bier. Neben ihnen standen zwei blonde junge Frauen. Als Waldis sie ansprach, merkte Eric, wie betrunken er war. Waldis legte einer der Frauen den Arm um die Talie und schrie er etwas ins Ohr. Sie schien ihn nicht zu verstehen, runzelte die Stirn und lächelte fragend. Waldis deutete, während er mit der Frau sprach, zweimal mit dem Kopf auf Eric. Ihr Gesicht verfinsterte sich. Sie schüttelte den Kopf, nahm ihre Freundin beim Arm und zog sie weg. Waldis versuchte, die beiden zurückzuhalten, fasste sie um die Talie, aber sie wandten sich aus seiner Umarmung und verschwanden in der Menge. Waldis kam mit dem Mund so nahe an Erics Ohr, dass dieser seinen Atem spürte. Huren, rief er. Eric bezahlte die Rechnung und verließ das Lokal. Waldis folgte ihm. Während sie zum Hotel gingen, sagte Waldis, er könne Eric jede Frau beschaffen, die er wolle. Es sei nur eine Frage des Geldes. Eric dachte an Elsa. Er fragte sich, ob Waldis ihr treu war. Und sie ihm? Sie hätte jeden Mann haben können, den sie wollte. Waldis stolperte und hielt sich an Erics Arm fest und hängte sie schließlich bei ihm ein. Hunderttausend, dachte Eric, für eine Frau. Du bist ja betrunken, sagte er. Ich will keine Frau. Vor dem Hotel setzte er Waldis in ein Taxi, fragte ihn nach der Adresse und gab dem Fahrer Geld. Kiburgas Jähler 12, sagte Waldis, dritter Stock links. Bevor Eric die Tür des Taxis zuwarf, fragte er Waldis, ob es ihm gut gehe. Der schaute ihn mit feuchten Augen an und sagte, du bist mein Freund. Am nächsten Morgen war Eric früh im Büro und hatte schon einige Punkte des Revisionsplans abgehakt, als Waldis kam. Erics sagte, wenn er einigermassen arbeitsfähig sei, können sie heute abschliessen. Waldis war ziemlich einsilbig an diesem Tag, aber er arbeitete schnell und beklagte sich nicht. Er war bleich und ging oft zur Toilette und seinem Gesicht nach zu urteilen, hatte er Kopfschmerzen. Am Mittag ließen sie sich Brote bringen und am späten Nachmittag schlossen sie die Revision ab. Waldis fragte, was Eric am Abend vorhabe. So wie es aussieht, gehe Waldis besser nach Hause, sagte Eric. Er selbst sei auch ziemlich müde und werde im Hotel eine Kleinigkeit essen und danach vielleicht ins Kino gehen. Waldis nickte und fragte, ob sie sich morgen sehen würden. Eric sagte, er würde ihn anrufen. Ich muss dir doch einmal die Stadt zeigen, sagte Waldis. Und das Fest 800 Jahre, das ist eine lange Zeit. Waldis rief an, als Eric beim Frühstück war. Die Frau in der Rezeption gab ihm einen Zettel mit der Telefonnummer und sagte, der Herr habe um einen Rückruf gebeten. Eric trat hinaus auf die Strasse und spazierte durch die Altstadt, die er bis jetzt nur immer nachts gesehen hatte. Gegen Mittag kam er ins Hotel zurück und rief Waldis an. Elsa war am Apparat. Sie sagte, ihr Mann habe auf Eriks Anruf gewartet, aber vor einer halben Stunde sei er mit den Kindern in die Stadt gefahren. Er habe gesagt, er wolle noch etwas sehen vom Fest. Auf dem Platz vor der Kathedrale spielte das Symphonieorchester. Da komme ich gerade her, sagte Eric. Elsa sagte, Waldis habe gesagt, er werde im Hotel vorbeikommen, um zu sehen, ob Eric da sei. Ob sie keine Lust habe, auch zu kommen, fragte Eric. Nein, sagte Elsa, sie möge keine Menschenmassen. Ich genieße es, die Wohnung einmal für mich zu haben. Das kommt selten genug vor. Und das Feuerwerk? Mal sehen. Eric sagte, er rufe vielleicht später noch einmal an. Dann fragte er Elsa, wie es ihr gehe. Danke, gut, sagte sie. Schade, dass wir uns diesmal nicht sehen. Ich habe gestern fest mit euch gerechnet. Waldis hat nichts gesagt. Er sagte, du wolltest ins Kino. Ich glaube, wir waren beide ziemlich müde. Wir werden auch nicht jünger. Elsa lachte. Sie sagte, sie habe Waldis selten so betrunken gesehen. Der Taxifahrer habe ihn bis zur Tür gebracht, um sicher zu sein, dass er es die Treppen hinauf schaffe. Ich habe ihm ein gutes Trinkgeld gegeben, sagte Eric. Elsa schien unbeschwert und als Eric aufgelegt hatte, dachte er einen Augenblick lang, dass sie vielleicht gar nicht krank sei. Aber dann dachte er, sie ist einfach eine tapfere Frau. Vermutlich wusste sie nicht, dass Waldis ihn um Geld gebeten hatte. Eric ging hinunter und liess sich von der Frau an der Rezeption den Weg zum Zentralmarkt erklären. Waldis hatte gesagt, den müsse er unbedingt sehen. Er sei gegen Abend zurück, sagte Eric, falls jemand nach ihm frage. Der Markt war in vier ehemaligen Zeppelin-Hallen hinter dem Bahnhof untergebracht. Vor den Hallen verkauften alte Frauen Plastiktüten, auf denen westliche Markennamen standen. Überhaupt schienen alle hier irgendetwas verkaufen zu wollen. Manche saßen auf dem Boden und hatten einen alten Karton vor sich, auf dem sie ein paar Sachen ausgebreitet hatten. Tonbandkassetten, Kugelschreiber, kaputtes Spielzeug. Eric blieb nicht lange auf dem Markt. Das alles stieß ihn ab. Er ging zurück in die Altstadt. In den Straßen hingen Fahnen. Schon am Morgen waren Chöre zu hören gewesen von den Bühnen, die überall aufgebaut worden waren. Immer mehr Menschen drängten sich in den engen Gassen. Sie hielten sich an den Händen und gingen schnell, als hätten sie ein Ziel. Eric kehrte zurück ins Hotel. Die Frau in der Rezeption sagte, ein Mann habe nach ihm gefragt. Er habe mindestens eine Stunde gewartet, dann sei er gegangen. Er habe gesagt, er werde später noch einmal vorbeikommen. Eric bat sie, seinen Rückflug vom Sonntag auf den Samstag umzubuchen. Dann nahm er eines der Taxis, die vor dem Hotel standen, und nannte er dem Fahrer Waldis Adresse. Am Rand der Siedlung ließ er das Taxi halten. Er stieg aus und ging zwischen den heruntergekommenen Mietshäusern hindurch. Sie lagen weit auseinander, dazwischen waren Rasenflächen, und hier und da stand eine Birke. Das Gras war lange nicht geschnitten worden, und auch zwischen den Platten der Gehwege und in den Ritzen der Randsteine wucherte es. Eric suchte das Haus, in dem Waldis und Elsa wohnten. Er konnte sich plötzlich nicht mehr an ihre Nachnamen erinnern. Neben der Klingelknöpfen am Hauseingang waren nur Nummern. Er drückte gegen die Tür. Sie war nicht abgeschlossen. Er stieg die Treppen hoch. An manchen Stellen war die Tapete heruntergerissen. Auch an den Wohnungstüren waren nur Nummern. Im dritten Stock blieb Eric stehen und lauschte. Er meinte, einen Staubsauger zu hören, aber er war nicht sicher, aus welcher Wohnung das Geräusch kam. Er stand zwei oder drei Minuten da, dachte an Elsa und hoffte, dass sie die Tür öffnen würde. Er überlegte, was er sagen würde, wenn sie es tat. Endlich lief er die Treppen wieder hinunter, so leise, wie er gekommen war. Er ging durch die Siedlung. Außer ein paar spielenden Kindern war niemand zu sehen. Die Straße endete in einem weiten Kreis, in dessen Mitte ein flaches Garagengebäude stand. Ein Mann beugte sich über die geöffnete Motorhaube eines Autos. Er kratzte sich am Kopf. Dann blickte er auf. Eric nickte ihm zu, aber der Mann schaute ihm nur misstrauisch nach. Eric ging über die Wiese zwischen den letzten Häusern. Ganz am Rande des Geländes waren ein paar Gemüsebeete, dann kam ein Stück überwuchertes Ödland, dann Wald. Eric folgte einem schmalen Pfad, der zum Wald führte und sich dort zwischen den ersten Bäumen verlor. Die Luft war feucht und Eric schwitzte. Es war sehr still. Er fragte sich, was er hier suchte. Als er gegen acht Uhr abends ins Hotel zurückkam, gab ihm die Frau in der Rezeption einen Umschlag, auf dem sein Name stand. Bald ist schrieb, man habe ihm gesagt, Eric reise schon morgen ab. So würden sie sich wohl nicht mehr treffen. Er sähe sich heute Abend das Feuerwerk an, von der Wohnung von Freunden aus. Wenn Eric noch etwas brauche, könne er ihn dort erreichen oder morgen früh zu Hause. Falls er nichts mehr von Eric hören sollte, wünschte er ihm einen schönen Rückflug und alles Gute. Er freu sich schon auf das Wiedersehen im nächsten Jahr. Die Luft in Erics Zimmer war warm und stickig. Er war plötzlich sehr müde. Er öffnete das Fenster und legte sich hin. Das Feuerwerk weckte ihn. Er trat ans Fenster, aber von hier aus war nichts zu sehen. Er ging auf den Hotelflur. Am Fenster neben den Aufzügen standen ein paar Gäste. In ihren Gesichtern spiegelte sich das bengalische Licht. Dreimal 330 Meter gleich ein Kilometer, sagte ein älterer Herr. Im Schatten neben der Treppe stand die junge Frau von der Hotelbar und schaute dem Spektakel über die Köpfe der Gäste hinweg zu. Als das Feuerwerk zu Ende war, eilte sie die Treppe hinunter, zurück an ihre Arbeit. Eine Gruppe Amerikaner applaudierte schwach. Es hat sich doch gelohnt, sagte eine Frau auf Deutsch. Sie habe schon geschlafen, sagte sie, und nur schnell den Mantel über das Nachthemd geworfen. Aber es habe sich gelohnt. Erik fragte sich, was das alles sollte. Mit dem Geld, das hier verjubelt wurde, könnte man die Therapie von Elsa dreimal bezahlen. Die anderen Hotelgäste gingen zurück in ihre Zimmer. Erik schaute auf die Uhr. Es war kurz vor Mitternacht. Zu spät, um bei Waldis Freunden anzurufen. Er lief die Treppe hinunter und ging an die Bar. Wir haben geschlossen, sagte die Barfrau. Ein kleines Bier, fragte Erik bittend. Die Frau lächelte, zuckte mit den Achseln und hob bedauernd die Augenbrauen. Erik setzte sich auf einen der Barhocker und schaute zu, wie sie die Einnahmen zählte. Er legte eine Banknote auf die Theke, ein Vielfaches von dem, was ein Bier kostete. Er fragte die Frau, wie sie heiße. Sie schaute ihn tadelnd an. Dann nahm sie eine Bierflasche aus einer der Kühlschubladen, öffnete sie und stellte sie vor Erik hin. Den Schein schob sie zurück. Die Abrechnung ist schon gemacht, sagte sie, griff sich den Beutel mit dem Geld und ging durch die Halle zur Rezeption. Sie trug eine enge, schwarze Hose aus glänzendem Stoff. Erik schaute ihr nach. Sie ging mit leichten, schnellen Schritten, fast hüpfend und Erik musste wieder daran denken, wie sie nach dem Feuerwerk die Treppe hinuntergerannt war. Sie hatte zwei Stufen auf einmal genommen. Es hatte ausgesehen, als flöge sie, wie ein Kind, wie ein Engel. Auf dem Treppenabsatz hatte sie sich mit einer Hand am Geländer festgehalten, hatte sich herumgeschwungen und war verschwunden. Er war verschwunden.